Ja, herzlich willkommen hier aus Hornbach. Ich berichte von einem sehr gelungenen Parteitag der FDP Pfalz. Wir haben sehr gelingende Diskussionen, sehr nette Impulse bekommen. Ich freue mich vor allem, dass wir unser Profil als Pfälzer Liberale zeigen und auch nach außen kehren konnten. Wir sind ja in Rheinland-Pfalz in einer Ampel. Eine Ampel ist ein Zeichen für Vielfalt, für Individualität. Und so leben wir Pfälzer. Ja, wir sind lauter verschiedene Typen. Aber diese Vielfalt, die am Schluss dann in dieses wahre Ausleben von Freiheit mündet. Das ist unsere Heimat. Das ist unsere Ländlichkeit. Und für uns ist ein Kompromiss, einen gemeinsamen Weg zu finden. Am besten natürlich mit einem Glas Pfälzer Wein. Das ist für uns ein Gewinn. Das ist für uns keine faule Sache und schon gar keine Niederlage. Kompromiss ist ein Wert als solcher. Und so sollte es auch draußen sein. In der Familie funktioniert es, im Verein funktioniert es, in den kommunalen Parlamenten funktioniert es. Wir müssen das übersetzen in ein neues Politikbild. Das ist FDP Pfalz. Ich freue mich sehr auf die nächsten Monate.